Heute Abend startet die neue Drittliga Saison 22-23. Anlässlich dessen werde ich euch heute meine Prediction zeigen, welches Team am Ende auf welchem Tabellenplatz landen wird. Meine Expertise zur dritten Liga ist jetzt nicht die allergrößte, deshalb wird es am Anfang bei den unteren Tabellenplätzen eher weniger zu sagen geben von mir, aber bleibt auf jeden Fall dran. Zu den Aufstiegsfavoriten kann ich auf jeden Fall mehr sagen. Beginnen wir von hinten und auf Platz 20 auf dem letzten Platz habe ich mit der Spielvereinigung Bayreuth einen Aufsteiger. Da ist es so, man hat ein paar gute Spieler aus der Vorsaison verloren und jetzt keine wirklich namhaften Neuzugänge, die mir was sagen. Deshalb auf jeden Fall aufgrund der fehlenden Qualität für mich auf Platz 20. Einen Platz weiter habe ich dann wieder einen Aufsteiger auf Platz 19 mit Oldenburg. Da ist es eigentlich genauso wie bei Bayreuth. Im Gegensatz dazu hat man aber noch ein bisschen Drittliga-Erfahrung hinzuholen können, deshalb für mich ein Platz höher. Nächster Absteiger auf Platz 18 ist für mich leider die Zweitvertretung von Freiburg. Man hat nämlich wichtige Spieler abgegeben, vor allem in der Breite hat man wirklich viele Spieler verloren, die letzte Saison sehr viel gespielt haben. Und es werden möglicherweise auch viele aufgrund der Dreifachbelastung in den Kader der ersten Mannschaft hochgezogen werden und deshalb dann in der zweiten fehlen. Außerdem ist die Mannschaft im Schnitt jünger und auch unerfahrener vor allem und dazu ist es die zweite Saison in der Liga und deshalb wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Der letzte Absteiger ist für mich auf Platz 17 Halle. Die werden es auf jeden Fall schwer haben meiner Ansicht nach und letztendlich nun auch absteigen. Auf Platz 16 gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt habe ich dann SV Mappen. Da ist es eigentlich ähnlich wie bei Halle, aber ich finde mit Poirier hat man zum Beispiel einen guten Stürmer geholt und einen guten Transfer gelandet. Als nächstes habe ich dann auf Platz 15 den SV Elversberg. Als Aufsteiger ist man schon aus den guten DFB-Pokal-Auftritten aus den letzten Jahren bekannt. Man ist ein kontinuierlicher Verein und daher traue ich ihnen auf jeden Fall zu, dass sie sich jetzt zumindest in der Saison jetzt mal in der dritten Liga etablieren werden. Auf der 14 habe ich dann den Sportklub aus Verl. Nach der guten Rückrunde letzte Saison wird man erneut die Klasse halten können, denke ich mal. Allerdings wird es dieses Mal nicht ganz so knapp werden wie letztes Jahr. Auf Platz 13 habe ich dann den MSV Duisburg, den ich weiterhin ohne große Veränderungen im hinteren Mittelfeld der Liga sehe, da ich jetzt nicht wirklich eine Entwicklung in der Mannschaft sehe, dass sie jetzt arg besser oder arg schlechter werden. Als nächstes habe ich dann auf Platz 12 im Mittelfeld der Tabelle den FSV Zwickau. Man hat eine Mannschaft mit viel Potenzial, aber auch mit Erfahrung und ich denke, die Mannschaft wird an ihre gute Rückrunde aus der Vorsaison anknüpfen. Viktoria Köln wird sich als Mannschaft von Marcel Risse angeführt in der Liga weiter etablieren können und laut meiner Prognose dann am Ende auf Platz 11 landen. Ein Aufsteiger ist jetzt noch verblieben und der ist in meiner Prognose auf Platz 10 am Ende. Und zwar wisst ihr es wahrscheinlich schon, ist es Rot-Weiß-Essen. Man hat eine super interessante Mannschaft, die mit Dabrowski als neuen Trainer und gemeinsam mit der Strahlkraft der Fans als Aufsteiger mindestens im Mittelfeld landen wird und womöglich auch für eine größere Überraschung sorgen könnte und noch höher platziert am Ende sein könnte. Kommen wir zu Platz 9 und da habe ich die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Die Mannschaft ist extrem talentiert. Ich habe sie jetzt mal auf Platz 9, würde ihnen aber auch mehr zutrauen, aber ich denke, sie werden an den letzten Spieltagen nicht mehr wirklich ernst spielen, da die Meisterschaft bis dahin schon entschieden sein wird und sie ja letztendlich nicht aufsteigen können. Auf Platz 8 habe ich dann den VfL Osnabrück, die grundsätzlich eine gute Mannschaft sind, die letzte Saison auch solide performt hat, aber ich glaube nicht ganz, dass man das so halten kann und glaube auch nicht, dass man arg viel mit dem Aufstieg zu tun haben wird. Auf Rang 7 habe ich dann Wehen Wiesbaden, da ist es so, dass die sich mit den Transfers eher verstärkt als verschlechtert haben. Sie haben einen guten Stürmer mit Nilsson und auch mit Kauzinski einen recht guten Trainer, daher traue ich ihnen zu, um den Aufstieg mitzuspielen, aber es gibt halt eben andere, die ich noch ein Stück besser sehe und zu denen kommen wir jetzt. Auf Platz 6 habe ich als einen von den drei Absteigern Erzgebirge Aue. Für Trainer Timo Rost ist es die erste richtige Profistation und da muss man jetzt auch erstmal schauen, kann ich nicht einschätzen. Von der Kaderqualität her muss man auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen, deshalb für mich auf Rang 6 letztendlich. Kommen wir zur nächsten Mannschaft und das ist für mich Waldhof Mannheim auf Platz 5. Man hat zwar gute Neuzugänge geholt für Drittliga-Verhältnisse, aber man hat halt fast noch mehr an Qualität durch Abgänge verloren, daher gibt es meiner Meinung nach erneut keinen Aufstieg für Waldhof Mannheim. Auf Platz 4 kommt bei mir Saarbrücken. Man hat super Transfers getätigt mit Rabihitsch, Neudecker, Beata und vor allem auch dem alten Mike Franz, der zu seinem Heimatverein zurückkehrt und wohl kurioserweise als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette eingeplant ist. Aus fußballromantischer Perspektive und für mich als Freiburg-Fan passt es einfach und ich würde ihnen den Aufstieg auf jeden Fall gönnen. Letztes Jahr Kaiserslautern, jetzt 1860 München auf dem Relegationsplatz. Das würden sicher einige gerne so sehen, wenn sie es dann letztendlich auch mit dem Aufstieg schaffen. Was dafür spricht, ist auf jeden Fall, dass man mittlerweile auf Kontinuität setzt Trainer Kölner ist mittlerweile fast drei Jahre im Amt. Was den Kader angeht, hat man im Mittelfeld an Qualität verloren. Dafür hat man offensiv wie defensiv den Kader verbessert und daher sehe ich die Münchner letztendlich auf Platz 3. Der erste Fest der Aufsteiger auf Tabellenplatz 2 ist für mich Dynamo Dresden. Neutrainer Maikos Anfang kennt sich auf jeden Fall mit dem Aufstieg aus der 3. Liga aus. Er passt gewissermaßen zum Verein. Kadertechnisch hat man trotz der Abgänge von Dafferner und Königsdörfer, die sehr wichtig waren, gute Neuzugänge für die 3. Liga präsentiert und jetzt aktuell auch noch einen Schäffler verpflichtet, was auf jeden Fall ein sehr guter Neuzugang ist. Wer wird letztendlich Meister laut meiner Prognose und es ist Ingolstadt. Man hat, wie ich finde, mit Dresden den besten Kader der Liga. Trotz einiger namhafter Abgänge hat man sich sehr gut verstärkt und mit Rüdiger Rehm hat man auch einen Trainer, der weiß, wie man aufsteigt. Außerdem hatte man mehr Zeit, sich auf den Abstieg vorzubereiten als Dynamo Dresden, die ja noch in die Relegation mussten und ich finde, das sieht man auch am Kader, der wirklich gut an die Drittliga-Verhältnisse angepasst ist und meiner Meinung nach direkt performen wird. Das war sie also, meine Prediction, meine Prognose für die Drittliga-Saison, die jetzt beginnen wird. Was sagt ihr dazu? Stimmt ihr mir zu? Was seht ihr ganz anders? Was ist eure Prediction? Schreibt mir ganz gerne mal eure Meinungen dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!